Willkommen zur nächsten Session hier auf der Wehjax in München. Ich bin froh, Thomas hier in Person auch mal zu begrüßen zu dürfen, nicht nur Remote Sessions hier bei mir. Wenn es Fragen gibt, gerne melden. Wenn es Fragen im Chat gibt, gerne reinschreiben, dann lese ich sie vor. Das war es schon von mir. Die Grüne hört dir. Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank fürs Reichliche Erscheinen hier vor Ort. Es macht richtig Spaß, dass so viele Leute sich nachher mit mir fetzen wollen über die richtige Frontendentechnologie. Das ist ein heißes Thema, ist mir sehr bewusst. Ich versuche das so neutral zu machen, wie es geht. Genau, also warum müssen wir uns überhaupt damit beschäftigen, eine Technologie auszuwählen? Wir haben ein paar Anforderungen typischerweise, wenn wir uns für ein Framework, eine Library entscheiden. Und meistens gibt es da so Faktoren wie, ich möchte da sehr produktiv drin sein. Ich möchte als Entwickler da Spaß mit haben bei der Arbeit und wenig fluchen. Ich möchte selten Stack Overflow besuchen. Das soll am möglichst auch noch zukunftssicher sein, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, da rein investiere. Gerade wenn ich eine größere Firma bin, vielleicht sogar mehrere Teams auf Gleise, das Schulen, das Entwickeln. Das möchte ich nicht alle drei Jahre neu machen müssen. Ökosystem spielt da auch eine Rolle. Also wie groß ist das? Das gucke ich mir nachher auch an. Ich habe ein paar Metriken rausgesucht, mit denen man das vielleicht ein bisschen beurteilen kann, wie das bei Angular, React und Vue ist. Natürlich ist das alles subjektiv. Also wenn ich jetzt hier sage, das ist das Richtige aus den und den Gründen in der und der Situation, kann es immer noch sein, dass ihr es anders bewertet. Also nehmt das alles als Inspiration, als Hilfe, die richtigen Fragen zu stellen, aber nicht als Patentrezepte bitte. So, grundsätzlich der Vortrag geht so, dass ich mich frage, wie in einem normalen Projekt auch, was sind denn überhaupt die Optionen, die ich habe? Welches Vorgehen würde ich machen, wenn ich jetzt etwas einführe und dann weiter hochskaliere? Und gibt es irgendwelche Fallstricke, auf die man achten möchte? Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Thomas Kruse. Ich komme aus Münster, arbeite für die Trion. Wir sind im Web-Umfeld, Architektur-Umfeld unterwegs, machen in letzter Zeit sehr viel, auch bei Firmen, die Richtung Cloud migrieren wollen. Vielleicht habt ihr gestern den Vortrag auch von der Architektur für Kubernetes gehört. Ansonsten guckt euch den ruhig nochmal an. Da gibt es auch nochmal ein paar Inspirationen. Geht ein bisschen in die Richtung von diesem Talk auch oder überschneidet sich. Genau, habe ich gerade gesagt, was wir machen. Hier nochmal der Hinweis, bitte, nehmt nicht alles jetzt für bare Münze. Ich will hier keinen Krieg entfachen. Was sich nachher herausstellen wird, das nehme ich schon ein bisschen vorweg, ist, dass es keine harten Kriterien gibt. Also die Performance von allen Frameworks zum Beispiel ist gut. Da muss man jetzt nicht sagen, das View ist jetzt so viel schneller als ein React und deswegen müssen wir View nehmen. Also es gibt da eher softe Faktoren bei der Auswahl, als dass man sagen kann, ich habe hier einen Benchmark und ich habe eine Zahl, die ich dran schreiben kann und deswegen nehme ich jetzt folgendes oder was anderes. Unsere Erfahrung ist mit verschiedenen Technologien bei verschiedenen Kunden. Mit View und React und Angular haben wir Kunden betreut. Ein bisschen der Erfahrung habe ich auf den nächsten Folien drauf. Wir haben dabei in der Regel Firmen aus dem Enterprise-Kontext eher größer, eher mehrere Teams. Wir haben auch einzelne sehr große Projekte, die wir zur Zeit noch mit betreuen, mit deutlich größer sechs Teams, also wo richtig viele Entwickler dran sind und wo man gucken muss, dass das eine Investition ist, die man auch wirklich für zehn Jahre nach Möglichkeit oder länger sichern möchte. Natürlich alle Projekte, wo wir dabei waren, super erfolgreich. Also egal welche Technologie, das funktioniert irgendwie, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, aber es gibt doch Nuancen, was klappt ein bisschen besser und wo merkt man, das klappt vielleicht nicht ganz so gut. Von Architekturoptionen erstmal für diejenigen, die noch gar nicht so richtig unterwegs sind und sagen, ich habe mir noch gar nicht überlegt, wie will ich denn meine Frontends überhaupt bauen. Ganz grob, es gibt erstmal Server-Site-Webanwendungen, die werden einfach mit einem server-seitigen Stack gerendert. Das kann jetzt ein Ruby on Rails sein, das kann ein Spring Boot sein mit Timelieve und da macht der Server die gesamte Logik und rendert auch das HTML raus, was dann angezeigt werden soll. Konsequenz ist, viele Roundtrips, immer wenn ich was ändern will, wenn ich was neu anzeigen will, muss ich den Server erstmal anfragen. Der muss das gesamte HTML auch wieder über die Leitung schicken, da habe ich natürlich dann entsprechend einen Bandbreitenbedarf, der sich vor allen Dingen auf die Latenzen auswirken kann. Und wenn ich jetzt eine recht einfache Anwendung habe, würde ich das auch empfehlen. Also ich würde nicht sofort sagen, man muss sofort mit einem React, einem View, einem SPA-Framework da dran gehen. Wenn ich was Einfaches habe, ein Raumbuchungssystem oder sowas, da kann das sehr, sehr gut reichen, einfach das serverseitig zu rendern. Die Nutzer erwarten ein bisschen mehr, zum Beispiel Raumbuchungssystem, jetzt möchte ich ein Kalender-Widget irgendwo haben. Den Tag heute möchte ich sehen und das ein bisschen anreichern und das hat man früher so gemacht, dass man jQuery dazu genommen hat oder vielleicht auch ein JSF, was dann auch kleinseitig so Enhancement bereitstellt. Das Ganze funktioniert auch ganz gut für so kleinere, mittelgroße Anwendungen und da muss man nur aufpassen, dass man irgendwann merkt, wenn es zu komplex wird, werde ich zu viel Anreicherungen in den Kleinen schiebe und dann mir so eine SPA als Frankenstein da wächst. Ich habe nachher so viel jQuery-Spaghetti-Code, hat bestimmt der eine oder andere schon mal erlebt, dass man gesagt hat, oh, das wird jetzt aber schwierig mit der Wartung, das müssen wir vielleicht abschaffen. Die dritte Option ist dann eben zu sagen, okay, ich gehe komplett in den Client, ich habe eine Single-Page-Anwendung, so heißt das dann normalerweise. Die View-Logik liegt komplett auf dem Client. Ich lade mir ein JavaScript-Framework runter und danach wird nur noch mit einer API auf dem Server geredet und das Ganze wird kleinseitig gerendert. Hier muss man darauf achten, je nachdem, welche Technologie ich nehme, kann ich schneller starten oder muss erst ein bisschen mehr investieren, habe dafür aber dann vielleicht hinten raus eine bessere Wartbarkeit, eine bessere Architektur und Architektur, also Design des Frontends muss man auch von Anfang an darauf achten. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten, sich mit jedem beliebigen Framework auch wieder Spaghetti-Code zu bauen und da ist so unsere Lessons Learned, nehme ich auch schon mal vorweg, von Anfang an irgendwo gucken, dass man einen Senior dabei hat, irgendjemand, der das schon mal gemacht hat. Also wenn ihr jetzt mit React startet zum Beispiel, finde ich richtig gut zum Einstieg, weil es erstmal alles easy aussieht, ein paar einfache Komponenten, sofort bewegt sich was und man ist zufrieden und dann hinten raus wird es aber immer komplexer und wenn ich nicht mit einem Wegwerf-Prototypen starte, um selber meine Erfahrungen zu sammeln, sondern wenn ich wirklich mit einem echten Projekt starte, dann sollte man gucken, dass man da entweder einen erfahrenen Kollegen dazu nimmt oder vielleicht eine externe Unterstützung, der dann beim Code-Review hilft und so ein bisschen Design mit aufgleist und da auch in Know-how, Durchschulungen oder Konferenzbesuche wirklich investiert. Welche Technologien gibt es? Ja, ich habe die Framework schon genannt, aber es gibt noch ein paar Basis-Dinge, die eher querschnittlich zu betrachten sind. TypeScript ist eine Obermenge von JavaScript und ist getypt. Das habe ich im JavaScript so erstmal nicht, da sind jetzt so Klassen nachgerüstet worden, aber TypeScript ist da deutlich weiter vorne und wird auch durch Tools sehr gut unterstützt. Wenn ihr nur eine Sache von diesem Vortrag mitnehmt, dann nehmt TypeScript, egal welches Framework ihr nachher nehmt. Nehmt TypeScript, ihr habt Tool-Support dafür, das heißt vernünftige Code-Completion, ihr könnt gut refaktoren und Fehler werden schon vorne bei der Entwicklung durch die Werkzeuge potenziell sehr früh erkannt und ihr spart euch hinten raus eine Menge Ärger. Also mit allen Technologien könnt ihr es nehmen, ob ihr jetzt React nehmt, View, Angular, TypeScript geht prinzipiell überall. Nehmt TypeScript und vermeidet da den AnyType, sonst habt ihr nicht so viel von TypeScript, also nehmt TypeScript dazu. Konsequenz von TypeScript ist leider, dass man so einen Transpillation-Step braucht, denn Browser können TypeScript so nicht ausführen. Da müsst ihr erstmal das Ganze zu normalem ECMAScript, was im Browser dann läuft, transpilieren. Das heißt, euer Bild wird ein bisschen aufwendiger. Wenn ihr jetzt eine kleine Anwendung macht, ich sag mal so jQuery-artig, dann würdet ihr vielleicht mit so einer Single-File-Component arbeiten. Das ist dann so bei View möglich, bei React geht das auch teilweise. Da braucht man dann diesen Transpillation-Step nicht. Also wenn ich nur so ein, zwei kleine Widgets haben möchte, dann kann das schon ganz gut passen. Vielleicht will man dann an der Stelle auf TypeScript verzichten. Sobald es aber größer wird, sobald ihr vielleicht auch zwei Entwickler seid, die an einer Anwendung arbeiten, nehmt TypeScript. XJS ist die Reactive Extensions für JavaScript. Das Reactive-Programmier-Modell gibt es auch serverseitig. Spring Reactor als Stichwort oder XJava kennt vielleicht der eine oder andere. Ist eine völlig andere Art zu denken und am Anfang doch eine echte Hürde. Muss man einfach ehrlich sagen, wenn man das nicht so gewohnt ist. Das ist eine echte Einstiegshürde. Passt aber unglaublich gut zu Frontends. Und das ist auch der Grund, warum bei Android viel RxJava zu finden ist. In Angular ist RxJS mit drin, um da mit asynchronen Operationen umzugehen. Also HTTP zum Beispiel. Ist eine kleine Lernhürde. Ja, man kann es auch umschiffen bei Angular. Man kann das auch alles in Promises verwandeln. Kann man machen. Aber RxJS ist schon ganz cool. Passt wirklich gut zu Frontend. Guckt euch das mal an. Selbst wenn ihr nicht nachher zum Beispiel Angular nehmt, wo das im Stack schon mit drin ist, bringt Mehrwerte. Aber kapselt das. Also nicht durch die ganze Anwendung ziehen, sondern an einzelnen Stellen. Dann möchte man im Frontend ein Komponentenmodell haben zur Entwicklung. Das ist das, was mir zum Beispiel serverseitig gerendert und Anwendungen stark fehlt, wenn ich so einen Timelief habe. Da kann ich mit Fragmenten arbeiten. So Copy-Paste kann ich machen. Includes kann ich machen. Aber mir fehlt ein Komponentenmodell. Und das bieten alle Frameworks oder Libraries, die ich gleich vorstelle, im Frontend. Ich habe dann Dinge wie einen Button wirklich. Den kann ich als Button verwenden. Und der kapselt dann für mich die Logik und die Darstellung und den Zustand. Und das ist auch, wie ich mir dann so eine Anwendung typischerweise vorstelle, wie so Lego-Bausteine, wo ich das Frontend mir dann zusammenstecke. Das passt auch sehr gut zum Browser. Der Browser hat so ein Document-Object-Model. Das ist so ein Komponentenbaum auch wirklich. Und dazu passt dann so ein Komponentenansatz auch sehr gut. Viele Frameworks haben auch noch so etwas wie Direktiven. Das sind dann Komponenten, die keine eigene View haben. Das dient dazu, kann man sich so vorstellen wie ein Mix-In, um Logik noch zusätzlich an eine bestehende Komponente dran zu mischen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben ein Formular mit mehreren Eingabefeldern. Und wenn ich Escape drücke, möchte ich, dass alle Eingabefelder wieder geleert werden. Das könnte ich über so eine eigene Direktive machen, die auf diesen Key-Event von Escape lauscht und dann einfach diese Formularfelder, wo die Direktive drangesetzt ist, löscht. In Angular ist es als Konzept vorhanden. In React muss ich das mir so ein bisschen zusammenbauen. Da merkt man schon den ersten Unterschied zwischen den Frameworks. Angular hat einen deutlich reichhaltigeren Stack an Konzepten. Das ist natürlich erst mal mehr zu lernen, aber ist nachher auch ausdrucksstärker. In React muss man sich da sehr viel selber bauen und das führt dazu, dass eigentlich jedes React-Projekt ein bisschen anders aussieht als ein anderes. Jeder Entwickler hat da so eigene Ideen, wie er Dinge umsetzt. Macht es sehr schwierig, zwischen Teams zu wechseln oder auch mal externe Unterstützung reinzunehmen oder etwas rauszugeben an Dienstleister. Das sieht nachher alles so aus, dass man sagt, das hätte ich aber anders gemacht. Lass uns das neu bauen. Also das ist ein bisschen schwierig. Services wollt ihr auch haben als Konzept. Müsst ihr euch in einigen Frameworks selber bauen. Auch hier wieder in Angular gibt es das. Die Idee ist da. Ich habe Logik, die ein bisschen komplexer ist. Sagen wir eine Transformation von Daten, die ich vom API bekomme, so dass sie auf unser View-Modell passt und das möchte ich rausziehen aus Komponenten. Das möchte ich irgendwo extern haben, möchte ich auch separat testen können und dazu brauche ich so Services und das ist das, wo auch eure Hauptlogik liegen sollte, wenn ihr Frontend baut. Dependency Injection ist in Angular direkt vorgesehen wieder. Wer aus der Spring Boot Welt kommt oder überhaupt aus der Java Welt, da ist überall Dependency Injection das Mittel der Wahl, um Testbarkeit zu verbessern, um die Architektur, das Design von so einer Anwendung zu verbessern. Und das ist was, was man unbedingt haben will, finde ich. Sobald es ein bisschen größer wird, kriege ich bei Angular, kann ich dann einfach Mock-Versionen injecten, wenn ich was testen will. Kennt ihr wahrscheinlich aus dem Java-Umfeld. Also sehr schönes Konzept und aktuell so in anderen Frameworks als Angular muss man es ein bisschen zusammenfummeln. Geht da auch mit so einer Kontext-AP in React, aber ist alles nicht so als explizises Konzept vorhanden. Einen Router braucht man auch. Stellt euch vor, ihr habt jetzt diese Single-Page-Anwendung und ihr möchtet verschiedene Ansichten da anrouten. Also Master Detail als Beispiel. Ihr habt eine Liste von Kunden, klickt da drauf und wollt jetzt die Kundendetails sehen. Um da hinzukommen, braucht ihr einen sogenannten Router. Der ist bei Angular auch wieder direkt mit drin. Bei React und Vue gibt es dann zusätzliche Libraries, die man reinziehen kann. Bei Vue gibt es auch so einen kanonischen Vue-Router, den man dann nehmen würde. Bei React ist es ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Gibt es zwar auch so ein, zwei Kandidaten, die man typischerweise nimmt, aber da ist schon sehr weniger opinionated das Framework. So, wenn ich jetzt noch größer werde mit meiner Anwendung, muss ich irgendwann meinen Zustand rausziehen aus den Komponenten. Die können das nicht mehr alleine sinnvoll bereitstellen. Dann wird es unübersichtlich, auch schlecht testbar. Es gab hier auf der Weax auch einen Vortrag zu State Management im Frontend. Den könnt ihr euch auch noch über die Konferenzwebseite nachher angucken. Kann ich empfehlen, wenn ihr euch für das Thema interessiert, unbedingt einmal da auch nochmal den Horizont aufmachen. Was sind da so die Themen State Management im Frontend? Gibt es verschiedene Ausprägungen für die verschiedenen Frameworks. Also bei Angular nimmt man typischerweise NGRX, bei Vue gibt es VueX und bei React gibt es ganz viele und meistens nimmt man dann da so ein Redux oder so. Aber da gibt es wieder sehr viel Spektrum, sehr viel Flexibilität. Modulsystemen. Auch hier braucht ihr eigentlich erst dann, wenn eure Anwendung ein bisschen größer wird. Wenn ihr einzelne kleine Komponenten habt, braucht ihr weder ein Router noch ein Modulsystem noch ein State Manager. Aber sobald es ein bisschen größer wird ein richtiger SPA, wo was passiert, wo man sich vielleicht auch einloggen können soll und wo es dann bestimmte Bereiche gibt, die vielleicht nur für den Administrator sind oder rollenspezifisch sind, dann wollt ihr nicht diesen ganzen Teil der Anwendung an jeden Nutzer mal ausliefern. Man spricht dann auch von Lazy Loading und da ist dann eine Möglichkeit, das an Modulgrenzen zu schneiden. An Komponentengrenzen kann man es auch machen, ist aber finde ich persönlich von der Architektur her nicht so ganz schön, weil es wird ein bisschen Da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder bei Angular, die haben ein eigenes Modulsystem, was auch sehr, sehr gut nach oben für große Anwendungen skaliert. Leider nicht so gut für Einzelkomponenten oder kleine Anwendungen. Da hört man schon raus, Angular ist da vielleicht nicht so ganz stark bei ganz kleinen Komponenten und nicht so anwendungsartigen Anwendungen. Ansonsten gibt es von JavaScript und TypeScript Modulsystemen, da habe ich aber immer pro Datei ein Modul. Das ist zu feingranular, das reicht nicht so ganz. So, dann stelle ich einmal die drei Frameworks ganz, ganz kurz vor, dass man einen Eindruck gewinnt. Zuerst fangen wir mit A wie Angular an. Das Ding wird von Google hauptsächlich entwickelt. Gibt es seit 2016 und wurde seitdem auch sehr, sehr stark weiterentwickelt. Was sehr schön ist, ist, dass die auf einen guten Upgrade-Path geachtet haben. Also die investieren da sehr viel auch in das Tooling, dass sich von einer Version zur anderen sehr, sehr gut migrieren kann. Obwohl die intern auch API-Brüche hatten und Dinge geändert haben. Das klappt sehr, sehr gut. Man sagt auch, es ist ein Full-Stack-Framework. Also Angular ist sehr komplett, heißt aber auch, euch guckt erstmal sehr viel an, an Konzepten, an Möglichkeiten, die man erstmal beherrschen muss. Das heißt, die Einstiegshürde für ein Angular ist tendenziell ein bisschen höher. Wir sehen es sehr, sehr verbreitet, sobald es größere Projekte werden, weil es da eben auch sehr gut passt. Wie sieht so ein Angular aus? Also wir sehen hier auf der Folie einmal eine Komponente als zentrales Element. Per Dependency Injection kann ich mir dann Services ranziehen in der Komponente, über die ich dann Logik abhandle, dass die eben externalisiert sind, dass meine Komponente möglichst leer ist, damit ich da nicht so viel Testaufwand habe. Es gibt Direktiven, die dann ohne Template unterwegs sind oder eben Komponenten mit Template, die dann die View darstellen. Und über den Router kann ich dann verschiedene andere Komponenten auch anrouten. Unten rechts einmal ein bisschen Code für ein Hello World. Wir sehen hier Dekoratoren. Wir kennen das in der Java-Welt als Annotations. Und da wird jetzt gesagt, okay, wenn ich im DOM-Baum bin und da taucht eine App-Demo-Element auf, dann soll diese Komponente da ziehen. Dann kann man auch das Styling angeben. Das ist also gekapselt auf die Komponente, dass das Styling nicht andere Komponenten mittangiert. Wenn ich mal irgendwas ändere, dass es dann isoliert. Und dann habe ich ein bisschen Template hier. Das ist einfach HTML mit ein paar Platzhaltern. Da gibt es natürlich noch mehr Anweisungen, die man benutzen kann. Das ist jetzt hier sehr simpel. Einfach nur einen Titel mal ausgeben. Und dann sehen wir unten noch die Logik der Komponente. Da gibt es einfach eine Variable Title. Die wird jetzt auf Word gesetzt. Also so könnte jetzt so ein ganz einfacher Angular-Komponent da aussehen. Angular ist ein riesen Ökosystem. Da gibt es noch viel mehr drumherum. Es gibt einmal das Angular CLI, das Kommandozeilen-Werkzeug, womit ich mir Dinge generieren lassen kann, also Code-Generierung. Ob es jetzt ein Service ist, ob es eine Route ist, eine Komponente kann ich mir alles damit generieren. Sehr, sehr praktisch. Und Angular CLI macht eben auch das Upgrade von einer Version zur nächsten. Es gibt ein Modulsystem. Es gibt Dinge für Internationalisierung. Das ist alles im Framework-Stack mit drin. Also sehr, sehr komplett, aber eben auch sehr umfangreich. Ja, unsere Erfahrung mit Angular. Wenn .NET-Entwickler, wenn Java-Entwickler sich für ein Frontend-Framework entscheiden, fühlen die sich sehr, sehr schnell wohl mit Angular, weil die Konzepte sehr ähnlich sind. Die finden ihr Dependency-Injection wieder. TypeScript, das fühlt sich auch ziemlich zu Hause an, vor allen Dingen für die .NET-Menschen. Die Java-Menschen müssen einmal den Namen und die Typ-Deklaration umdrehen, dann ist es auch wieder wie zu Hause. Das RxJet ist tatsächlich eine Einsteckshürde. Das sehen wir immer wieder. Bewährt sich aber für umfangreichere Anwendungen. Es passt einfach sehr gut zu Frontends. Die sind eben eventgetrieben. Da klickt ein User, da kommt eine HTTP-Antwort. Das passt einfach sehr gut. Wir haben durchweg gute Erfahrungen gemacht oder sehr gute Erfahrungen gemacht mit Angular. Wir würden das auch wirklich fast ohne Einschränkungen weiterempfehlen, außer eben zu sagen, man muss einmal wirklich in Know-how investieren. Und das ist nichts für, ich mache im Januar ein bisschen was und dann irgendwann im November nochmal ein bisschen was, dann vergisst man zu viel. Da muss man drinnen bleiben. Das ist jetzt nicht so ein Nebenbei-Ding. Google hat damit auch sehr, sehr große Anwendungen gemacht. Ich habe da einen Tweet gesehen von einem der Entwickler. Der hat gesagt, ja, wir haben da eine Angular-Anwendung, die hat einen Gigabyte-Quellcode. Und damit kommen die noch klar. Fand ich schockierend viel. Aber gleichzeitig finde ich das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Man kriegt damit also auch sehr große Anwendungen gehandhabt. Angular eignet sich nicht gut dazu, einzelne Komponenten zu machen. Stand heute. Daran arbeiten die auch. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt so wichtig ist. Aber die möchten halt das Kompletter haben von Anwendungsfällen her. Und die typischen Angular-Anwendungen sind wirklich SPAs. Also dann habe ich wirklich Routen und ein bisschen mehr drin. React. Ja, kommt von Facebook. Also auch eine sehr, sehr große Firma. Großes Corporate Backing nutzen die für ihre eigene Anwendung. Achso, Facebook heißt jetzt Meta. Also es kommt von Meta und wird für Facebook die Anwendung benutzt. So rum ist es jetzt, glaube ich, richtig. Und hat vor allen Dingen Komponenten-Konzept. Also die haben gesagt, wir wollen jetzt quasi ein besseres JQuery haben, wir wollen so ein Like-Button haben, wir wollen so ein bisschen Animationen haben, bisschen Logik haben. Daher kommt React. Und das sollte sehr, sehr schnell lernbar sein. Es sollte sehr, sehr schnell rendern. Auch auf langsamen Mobiltelefonen, auf eingeschränkten Systemen. Und die haben sich dann eine eigene Syntax überlegt. JSX heißt die, sodass ich HTML in JavaScript schreiben kann. Kann man sich so ein bisschen wie eine Domain-Specific-Language vorstellen. Die nutzen als drunterliegende Technologie ein Virtual DOM. Das heißt, es wird nicht sofort der Browser aktualisiert, sondern wenn die Komponenten ihren Zustand ändern, dann wird nachher das Ganze auf dem Virtual DOM gemappt. Und dann wird das gediff zum aktuellen DOM und dann nur die Änderungen angewendet, macht es eben sehr, sehr effizient, gerade wenn ich viele Änderungen habe, die nicht koordiniert sind. Also stellt euch eine Seite vor und da sind jetzt mehrere Komponenten drauf, die sich irgendwie ändern. Und dann gibt es da nicht unbedingt so einen zentralen Zustands-Store wie ein NGX oder Redox-Store, sondern die sind alle unabhängig. Jetzt ist das alles fertig und jetzt möchte ich wirklich die gesammelten Änderungen anwenden und nicht erst die eine Komponente, dann die andere. Das wäre alles relativ träge. React ist eine Library, ist kein Framework. Das heißt, das ist sehr unopinionated. Ihr könnt damit sehr, sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen an Anwendungen bauen, angefangen von einzelnen Komponenten bis hin zu SPAs mit den verschiedensten Libraries drin. Das heißt auch, wenn ihr von einem Projekt ins nächste kommt oder sogar im selben Projekt guckt, Januar versus Dezember, kann es durchaus sein, dass sich da einiges ändert. Das macht es, finde ich, ein bisschen schwierig. Das ist und da entsteht schnell so eine Technologie-Zone. Genau, das wären eigentlich die Slides, die ich gerade zum Virtual DOM brauchte. Also man sieht hier, ich habe meinen Virtual DOM, wo meine Komponenten reingerendert werden. Rechts mal ein bisschen Beispielcode. Der Beispielcode hier ist eine sogenannte Klassenkomponente. In React gibt es auch verschiedene Komponententypen. Class-based, Function-based Komponenten. Dann kann ich noch Hooks mit da dran bauen, wenn ich will. Also es gibt auch da wieder Ausdrucksmöglichkeiten für die Komponenten an sich, wie ich die schreiben möchte. Und da wäre jetzt so unsere Empfehlung, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, macht es firmenweit einheitlich. Sagt, wir nehmen Hooks, wir nehmen Klassenkomponenten, was auch immer, aber macht es einheitlich, damit nicht das eine Team das so macht und das andere Team das so macht. Dann sammelt ihr auch Erfahrung mit einem einheitlichen Stack und könnt euch gegenseitig helfen. Genau. Was schönes an React, man kann sehr, sehr schnell einsteigen, sehr einfach. Ich kann einfach mal eine Komponente bauen, da bewegt sich auch sofort was super schnelles Erfolgserlebnis. Ich brauche nicht ein CLI, ich brauche nicht Transpiler. Ich kann wirklich sehr schnell einsteigen. Passt auch gut, wenn ich jetzt von der Architektur her eher serverseitig gerenderte Anwendungen habe und da so ein paar Widgets dran machen möchte, so ein Date Picker oder so ein bisschen Komfortfunktion. Da passt es auch sehr gut dazu. Die Probleme, die wir mit React regelmäßig sehen, ist, dass die Anwendungsstruktur mit der Zeit irgendwie entgleist. Das passiert immer wieder. Gefühlt ist das bei React einfach ein bisschen schwerer, das sauber zu halten. Also es verleitet irgendwie so ein bisschen zu quick and dirty und man braucht ein bisschen höheren Skill bei den Entwicklern und mehr Disziplin, um das als langfristig wartbare Anwendung hinzukriegen. Kriegt man aber hin, das ist jetzt nicht technologisch irgendwie unmöglich. Da muss man nur darauf achten. Es liegt eben auch mit daran, dass es nicht so opinionated ist, dass ich sehr viel Flexibilität habe. Wir sehen das häufig im Agenturumfeld sehr, sehr erfolgreich, wo man mal eben sagt, hier, ich mache zwei Monate Entwicklung für eine Marketingkampagne, die über Weihnachten läuft und dann hat man da drei Monate so eine Kampagne laufen und danach kommt das Ding eh wieder ins Git-Repository und dann offline und fertig. Was positiv ist bei React, ist unglaublich sichtbar im Jobmarkt. Also wenn man jetzt Freelancer ist und sagt, ich möchte jetzt möglichst viele Kunden erreichen können, bei möglichst vielen arbeiten können, da ist React sehr, sehr stark gefragt. Aber nicht, steht der nicht so im Fokus. Das ist eher so ein Beifang, dass man sagt, wir suchen einen Entwickler, der soll Java können und dies und das und je und React. Und dann weiß man schon, okay, das wird eher so eine kleinere Anwendung, höchstwahrscheinlich, wo man dann so ein bisschen React-Wissen haben muss, aber auch nicht ein Fulltime-React-Entwickler ist. Vue. Das ist entwickelt von einer, oder ursprünglich entwickelt von einer Einzelperson, die sich von AngularJS damals hat mit Angular nichts zu tun, außer dass der Name ähnlich ist. So wie JavaScript und Java haben auch nicht so viel miteinander zu tun. Also AngularJS hat ein paar Ideen mitgenommen und hat gesagt, wir machen noch mal ein richtig, so wie ich mir das vorstelle, gutes Framework. Und kann man auch sagen, ist auch echt gut geworden. Also das Vue hat so das Beste mitgenommen und ein bisschen verfeinert, was es damals an Ideen gab. Hat sich auch jetzt von React inspirieren lassen. Also die können auch JSX-Templates zum Beispiel. Das ist alles sehr schön geworden und unterstützt auch TypeScript. Also sehr, sehr offen. Man kann da auch wieder seinen Stack sehr individuell zusammenstellen. Problem aktuell ist Migration von Vue 2 zu Vue 3. Für Vue 3 gibt es noch nicht ganz so viele hochwertige Bibliotheken. Das ist so ein kleiner Umbruch da in der Vue-Community. Denke ich aber, werden die hinkriegen. Also gerade im chinesischen Bereich ist da sehr, sehr aktive Community. Da passiert sehr viel und ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis das sich eingependelt hat. Ja, von der Architektur her, das fängt an mit Single-File-Components. Ich brauche gar nichts. Keinen Compile-Step, kein Bild. Ich kann da JSX verwenden, wenn ich möchte. Ich bin da wirklich sehr, sehr flexibel unterwegs. Hier rechts noch mal ein Beispiel für Vue, wie das aussehen könnte. Und ja, nutzt auch ein Virtual DOM. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Data-Binding zu machen. Und was ich wieder als richtigen Vorteil gegenüber React empfinde, es gibt wirklich einen kanonischen State-Manager, Vue X. Es gibt einen empfohlenen Router. Und es gibt auch hier schon einen sehr langen CLI, hat React inzwischen auch, um damit jetzt eben meine Anwendung zu scaffolden und zu starten. Dass ich da auch wieder so ein bisschen in so einen Opinionated-Stack reinkomme und dass ich nicht alles mir wieder selber überlegen muss. Ja, also Einstieg auch für Java-Entwickler ist auch ziemlich einfach. Es finde ich sogar einen Hauch einfacher als React, aber das ist jetzt wirklich eine ganz stark persönliche Geschmacksfrage. Die Lernkurve finde ich auch noch angenehmer als bei React, weil es eben ein paar Vorgaben gibt. Nimm diesen Router, nimm diesen State-Manager, denn da weiß man auch, in dem Korridor bewege ich mich. Kann auch wunderbar als JQuery-Ersatz dienen. Wenn ich jetzt eine Server-Seite-Renat-Anwendung habe, möchte ich die ein bisschen aufwerten, kann ich aber genauso gut hingehen und eine SPA mitbauen. Das sieht man auch viel im Scripting-Markt, also nicht nur jetzt im Enterprise-Kontext. Also wenn ich jetzt PHP, Ruby und Rails habe, finde ich es auch sehr, sehr viel. Vue im Job-Markt ist nicht so sichtbar wie ein React oder ein Angular, aber durchaus eine relevante Sache. Was ich auch schön finde, ist, wenn ich jetzt einmal Angular kann, kann ich auch sehr einfach zu Vue umschwenken oder von Vue zu Angular. Das fühlt sich ein bisschen näher an als ein React. Nachteil, oder muss man sich überlegen, ob es ein Nachteil ist, die Entwicklung erfolgt durch eine sehr kleine Community. Da ist jetzt nicht so ein Corporate-Backing wie bei Facebook, Entschuldigung, bei Meta, mit React oder Google bei Angular. Vue ist eher klein und kann auch Vorteile haben. Wenn man das mal ganz grob aufmetert und sagt, wie komplett ist so ein Framework oder eine Technologie. Bei React ist ein Library, da würde ich nicht sagen, dass es ein Framework ist. So ganz, ganz grob, auch subjektiv würde ich sagen, hier ein React ist wirklich nur UI-Layers, nur Komponenten. Da kann ich jetzt oder muss ich dann eine ganze Menge Bibliotheken dazunehmen. Und beim Vue ist es eher schon von sich aus genauso umfangreich wie React, aber die opinionated Sachen, die man dann nehmen soll, sind ein bisschen mehr. Deswegen habe ich gesagt, okay, das geht so ein bisschen weiter in die Sachen, die man noch braucht. So ein paar Metriken. Wir versuchen hier ganz objektiv zu sein und überlegen uns einfach mal, okay, gucken wir uns mal an bei den Frameworks. Können wir nicht mit harten Zahlen arbeiten. Wir als Informatiker lieben ja Messen und dann gucken wir, was es so gibt. Performance erstmal. Kann man jetzt ganz schlecht lesen, weil es so klein ist und so eine große Tabelle ist. Ganz oben sehen wir jetzt Vue einmal mit JSX, einmal ohne JSX. Dann sehen wir React mit Hooks. Dann sehen wir Angular ohne Zone.js, React mit Track-By-Funktionen zur Optimierung. Dann Angular in Version 12. Dann nochmal ein React, ein React, ein React, ein React, ein React in verschiedenen Ausbringungen. Also daran sieht man eigentlich schon, React ist kein kanonischer Stack. Und je nachdem, welchen Stack ich nehme bei React, ist die Performance auch ein bisschen unterschiedlich. Was ihr hier aber mitnehmen sollt, ist im Prinzip alles grün. Also egal, welches Framework ihr jetzt nehmt, Performance wäre nicht der Grund zu sagen, ich mache das eine oder das andere. Da muss man immer auf ein paar Dinge achten. Es gibt ja auch einen Vortrag auf der VEAX zum Thema Angular Performance. Die Ideen, die man da drin findet, kann man auch auf React oder Vue ganz gut übertragen. Wer sich für Performance im Frontend interessiert, sollte sich den Talk auf jeden Fall nochmal im Video in der Nachschau ansehen. Speicherbedarf. Auch hier wieder, je nachdem, was man nimmt, auch hier geht es wieder los mit Vue. Dann kommt React, Angular, React, Angular, die anderen React-Varianten. Und da sieht man schon, ja, es bewegt sich jetzt von 2,8 Megabyte bei diesem jede zehnte Row. Einmal updaten bei 1.000 Rows bis 8 Megabyte. Das ist jetzt schon, bei einem Mobiltelefon wäre das ein großer Unterschied. Auf der anderen Seite habe ich noch nie eine Mobiltelefonanwendung mit 1.000 Rows gesehen, die ich dann da so durchscrolle. Also da muss man dann schon gucken, wie man das Ganze macht. Aber auch hier im Prinzip wieder so Pi mal Daumen. Speicher wäre jetzt nicht der Grund zu sagen, ich nehme unbedingt ein Framework und das andere kommt gar nicht in Frage. Google Trends. Auch immer beliebt. Was andere nehmen, kann so verkehrt nicht sein. Dann mache ich das auch so. Wenn man sich das so anschaut, dann sieht man, okay, das Vue ist vielleicht eine deutlich kleinere Community als React und Angular, die am Anfang so gleich auf sind, dann trennen die sich so ein bisschen. Aber würde ich jetzt auch höchstens sagen, vielleicht muss ich viel googeln bei React, weil ich da nicht klarkomme. Also was sagt so ein Trend dann aus? Die Zahlen, kennt ihr auch mit den Corona-Zahlen, muss man immer interpretieren, was bedeuten die denn jetzt eigentlich? Also auch hier keine ganz klare Ansage, irgendein Framework geht total weg oder so, würde ich auch sagen, wäre kein Kriterium für mich. NPM-Trends, das fand ich sehr, sehr spannend. Da war ich mega überrascht, als ich mir das angeschaut habe. Denn ihr seht unten das Blaue und Grüne, das ist Angular und Vue. Die sind ziemlich gleich auf. Die tun sich eigentlich nichts und mit weitem Abstand ist React vorne und nimmt sogar noch weiter zu. Kann man sich jetzt überlegen, was bedeutet das? Meine Interpretation ist, React findet eben gerade auch in so Anwendungen Nutzen, wenn ich so ein jQuery-artiges Ding habe. Ich möchte einfach nur ein, zwei, drei Komponenten haben, ziehe ich mir eben React rein und habe dann meine Widgets drin. Das könnte eine Interpretation sein von dem, was ich so sehe bei Kunden und im Arbeitsmarkt, ist das nicht meine Wahrnehmung, dass React der Gewinner ist einfach. Das ist, glaube ich, einfach eine Art der Anwendung, dass man sehr viel mehr React-Dependencies dann nutzt. Stack Overflow. Ich habe hier mal jQuery mit dazu genommen. Das ist die blaue Kurve. Und man sieht schon, jQuery, das lässt nach. Das braucht man heutzutage eigentlich nicht mehr. Der Browser hat relativ viele APIs. Und die Sachen, die jQuery mir früher geliefert hat, die mache ich heutzutage mit anderen Mitteln. Und man sieht ja auch ganz gut, dass zu dem Zeitpunkt, wo das jQuery runtergeht, nimmt stark das React, das ist die grüne Kurve, nimmt das zu. Und Angular nimmt auch zu, nimmt dann ein bisschen ab. In der Zeit, wo View zunimmt, das muss man jetzt auch sich überlegen, was bedeutet das wieder. Die Angular-Dokumentation ist in der Zeit deutlich besser geworden. Die war früher mal nicht so gut. Die Tutorials, die man findet zu Angular jetzt bei den verschiedenen Schulungsanbietern oder auch auf YouTube gratis, die sind inzwischen in sehr hohen Qualität. Könnte sein, dass man einfach nicht mehr so viel über Stack Overflow fragen muss. Kann sein. Was auf jeden Fall zunimmt, sind die Fragen zu React. Auch da würde ich jetzt wieder sagen, ja, ist vielleicht alles nicht so trivial. So, das ist alles, jetzt wird es richtig subjektiv. Also jetzt nehme ich nicht mal die offiziellen Daten und interpretiere die irgendwie, sondern wie würde ich das einschätzen oder wie würden wir das einschätzen. Und was haben wir bei Kunden erlebt? Angular hat eine wahnsinnig hohe Einstiegshürde. Und das ist, wo viele vor Zurückschrecken und wo ich sagen würde, das zahlt sich aber aus. Ich muss am Anfang einmal investieren und danach wird es aber sehr angenehm. Ich habe ein komplettes Framework, habe einen kompletten Stack. Das lohnt sich aber auch nicht immer. Das lohnt sich, wenn ich mehrere Personen nachher habe, wenn ich größere Anwendungen haben will. Wenn ich jetzt irgendwas kleines, mittelgroßes mache, dann würde ich eher hingehen und sagen, vielleicht passt dann ein View besser. Das kann ich auch nebenbei so ein bisschen machen. Beim React finde ich es ein bisschen gemein. Man denkt, es ist so einfach, man startet da irgendwie. Und danach kommen dann die ganzen Optionen, welche Router nehme ich, welchen State Manager, wie sieht es aus, wenn ich mit den Hooks jetzt arbeiten will. Da holt einen hinten raus sozusagen dann die Lernkurve ein. Und das führt dann teilweise auch dazu, dass die Anwendungen, die man schon gebaut hat, dass man die umdesignen muss und sich ein bisschen ärgert. Aber wie gesagt, das ist alles sehr subjektiv. Wenn ich jetzt an große Systeme denke, dann denke ich an Teamskalierung. Was muss ich da beachten, wenn ich jetzt mir eine Technologie überlege? Also grundsätzlich der alte Kampf zwischen Monorepo und Multirepo-Ansatz kann ich auch nicht für euch natürlich entscheiden. Ich würde gucken, dass ich, sobald ich wirklich mehrere Anwendungen habe, dass ich da auch mit mehreren Repositories arbeite. Allerdings Backend und Frontend, wenn das eine Anwendung ist, in ein Repository packen. Wenn ich mit Microservices unterwegs bin, dann würde man möglicherweise da sich überlegen, habe ich tatsächlich ein Monorepo-Ansatz für alle Microservices und alle Frontends oder habe ich Pro-Bound-Context so ein Repository? Das muss man sich genauer angucken, ist auch nicht so kanonisch zu beantworten. Wenn ich auf jeden Fall so richtig groß werde, meine Empfehlung, baut separate Systeme. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe hier ein Raumbuchungssystem, das muss vielleicht nicht direkt in der Personalverwaltung integriert sein. Das würde ich trennen. Dann habt ihr es deutlich einfacher und übersichtlicher, diese Anwendung zu pflegen und auch zu entwickeln. Also ist eine Option, sollte man vor Augen haben. Geht auch mit allen Technologien, die wir haben, sind einfach separate Anwendungen. Seid darauf vorbereitet, dass ihr mit Libraries arbeitet. Macht nicht alles über einen Monorepo und über einen Bildprozess, sondern guckt, dass ihr Libraries bereitstellt. Das könnt ihr dann in so einem Artefakt-Repository machen. Das können heutzutage eigentlich alle, ob ihr jetzt so ein Sonatype Nexus habt oder ein Artifactory oder so, die können alle in PM auch bereitstellen. Und das wird man dann auch nutzen, um über Teamgrenzen und Anwendungsgrenzen hinweg Libraries bereitzustellen. Wenn ihr einfache UI-Komponenten habt, dann habt ihr die Option, auch mit Web-Components zu arbeiten oder mit so Single-Find-Components von Vue. Die könnt ihr auch in verschiedene Anwendungen einbetten. Also wenn wir jetzt so etwas haben wie eine gemeinsame Navigation, die ich in mehreren Anwendungen haben will, dann kann ich da hingehen und sagen, gut, das ist jetzt so eine einzelne Komponente, die ziehe ich mir jetzt in alle Anwendungen rein, stellt meine Navigation da oder ein Login-Flow oder sowas. Wenn ich mir jetzt überlege, wo passt so ein Angular, ein Vue, ein React gut rein, ohne jetzt beim React weitere Libraries würde ich das wirklich ganz unten auf Komponentenebene sehen. Ein Vue kann so ein bisschen mehr, da würde man dann aber nachher wahrscheinlich Typescript dazu nehmen, Vuex, den Router und so weiter, dann skaliert das sehr gut bis auch zu größeren Anwendungen. Angular würde ich eben nicht für die ganz kleinen Anwendungen machen, das würde ich starten mit so einer SPA, würde ich sagen, gut, da passt ein Angular sehr gut und das skaliert auch sehr gut nach oben. Durch das Modulsystem, dadurch, dass Google wirklich den Bedarf hatte, für sich selber mit sehr großen Anwendungen umzugehen, haben die das Framework schon so designt, dass es wirklich im Enterprise-Kontext sehr, sehr gut skaliert. Und das ist auch, was wir bei vielen Kunden sehen, dass die sehr, sehr gut fahren bei großen Organisationen mit Angular. Wir haben zwei Fragen. Wir haben zwei Fragen, auf geht's. Wollen wir heutzutage sehr dynamisch nur mit einem Frontend-Technologie verbunden sein? Sehr dynamisch nur mit einer Frontend-Technologie verbunden sein? Ich verstehe die Frage nicht. Dann kann der User vielleicht nochmal nachlegen. Zweite Frage. Maven Pure zum Beispiel mit WebJars oder NPM-Plugin in Maven? WebJars ist eine Möglichkeit, wenn ich jetzt mit Maven oder Gradle unterwegs bin, um mir Dependencies reinzuziehen. Das funktioniert für die Abhängigkeiten. Das Problem, was wir haben, ist mit TypeScript. Dafür brauchen wir mehr. Wenn wir das alles mit Maven abbilden wollen, das geht. Würde ich aber nicht machen. Ich würde einen separaten Bild für den Frontend-Anteil nehmen. Da gibt es die Tools. Heutzutage habt ihr wahrscheinlich alle sowieso ein Container-basiertes Bild in euren CI-Servern. Dann nehmt ihr euch einen Node-Container und baut damit eben das Frontend. Nehmt euch einen Java-Container, baut damit das Backend. Habt nachher den Container, den ihr nach Kubernetes deployt. So macht man das ja heutzutage. Dann ist es relativ einfach. Wenn man jetzt sehr klassisch unterwegs ist und sagt, ich habe aber nur Java und ich habe nur mein Jenkins und mehr kann ich nicht, dann kann man mit entsprechenden Plugins auch den Maven-Bild aufwerten, um damit das Frontend zu bauen. Ich würde aber die WebJars eher einsetzen, wenn ich jetzt mit einem rein serverseitigen Stack unterwegs bin und keinen großen Bild habe. Also dazu würden dann so Single-File-Components passen oder React und dann könnte man mit WebJaster gut arbeiten. Ich versuche nochmal auf die Frage von eben einzugehen. Will man mit einer Technologie gekoppelt sein? Also ich würde, wenn ich jetzt eine Architektur mache für ein Unternehmen, würde ich nicht die Architektur von Anfang an so bauen, dass ich sage, es kann jeder machen, was er will. Weil diese Freiheit klingt sehr verlockend, aber das Problem ist da, dass ich kein gemeinsames Know-how habe, dass ich nicht die Experten habe, die ich mal nehmen kann, die mir helfen können, dass das Code-Review schwierig wird und dass ich halt ein mehrfach Investment habe für verschiedene Technologien. Ich würde dann eher hingehen und sagen, gut, wenn jetzt das ganze Unternehmen, ich sage jetzt mal Angular macht und ich bin aber eigentlich React-Fan, weil ich das schon kenne und da habe ich jetzt Know-how, dann würde ich da sagen, gut, dann beuge ich mich, dann mache ich auch Angular, weil es einfach dem höheren Unternehmensziel dient, dass es einheitlich ist. Das ist von der Wartbarkeit her besser, das Know-how ist da. Würde ich versuchen, vielleicht wird man irgendwann das mal wechseln wollen, so eine View-2 nach View-3-Transition zum Beispiel. Da wird man dann wahrscheinlich einmal beide Technologien parallel fahren müssen, aber irgendwann würde ich dann gucken, dass man die eine ablöst, dass man nur eine fährt. Also das kann so im Agenturumfeld, wenn ich kurzlebige, kleine Anwendungen habe, die irgendwann weg sind, da kann man ruhig meine Technologien durchrotieren, aber wenn ich jetzt was habe, was zehn Jahre leben soll, da würde ich jetzt nicht mir so einen Mischmasch machen aus dem React-View und Angular. Auch wenn es technisch geht, also so Microfrontends oder so, das geht schon, aber ich glaube, der Nutzen ist einfach nicht da. Genau, zu den Konzepten habe ich hier mal ganz kurz aufgemetert, wie das aussieht. Was man da sieht, ist, die ganzen Konzepte, die Angular so von Haus aus schon bietet, die kann ich in den anderen Technologien nachbauen oder emulieren in der Regel, aber das sieht dann jedes Mal ein bisschen handgestrickt aus. Das ist nicht unbedingt kanonisch, ist nicht unbedingt schlimm, aber es macht natürlich jede Anwendung wieder ein bisschen individueller. Da ist Angular einfach deutlich stärker, dass es die verschiedenen Konzepte gibt für die verschiedenen Dinge. Ja, von Eigenschaften her, jetzt gibt es sehr, sehr viele Eigenschaften. Ich habe immer ein paar rausgepickt, um mal zu sagen, okay, das ist für mich das, was die Technologie ausmacht. Bei React und Vue wäre für mich der einfache und schnelle Einstieg, steht da stark im Vordergrund. Das heißt, wenn ihr jetzt eher kleine Anwendungen macht, wird das ganz gut passen. Bei Angular finde ich richtig toll, dass es eben diese reichhaltigen Konzepte gibt, dass die Tool-Unterstützung richtig gut ist, ob ich jetzt einen Webstorm habe oder mit dem Language-Server arbeite, in Visual Studio Code oder einer anderen IDE, das funktioniert richtig gut. Die Upgrades bei Angular über die Versionen, durch die Schematics, die da unterstützt werden, da wird wirklich Code migriert für euch. Ihr müsst es nicht machen, das macht das CLI dann für euch. Das zeigt mir, wie wichtig Google dann auch ist, eben eine dauerhafte Wartbarkeit sicherzustellen und wirklich die Zukunftssicherheit zu unterstreichen. Die Herausforderungen, die wir bei React regelmäßig sehen, sind Performance-Probleme tatsächlich. Das liegt aber nicht an der Technologie. Die Technologie ist, haben wir ja eben die Metriken gesehen, die ist schnell. Aber irgendwie passiert das, dass diese Anwendungen entgleisen und dann, was da der Klassiker ist, dass die Komponenten zu oft re-rendern. Das passiert zwar erstmal in den Virtual DOM, aber da passiert trotzdem Logik, die ausgeführt wird. Und das hat ganz häufig damit zu tun, wie die Anwendung strukturiert ist und das entgleist halt häufig beim React, so wie wir es gesehen haben. Es geht auch anders, aber da braucht man schon ein bisschen mehr Disziplin für. Außerdem gibt es keinen kanonischen Stack, finde ich auch schwierig. Bei Vue finde ich eigentlich nur schwierig, dass es kein Corporate Backing gibt. Man weiß da nicht, wie ist so die Zukunft davon. Wer steuert das Ganze? Hört man da wirklich auf die Community? Kann man aber auch als Vorteil sehen, da ist keine Firmenpolitik hinter. Das ist dann einfach einige wenige, die sagen, so machen wir das, so stellen wir uns das vor und dann wird das umgesetzt. Das skaliert auch ganz gut von der Teamgröße her. Was bei Angular sehr, sehr schwierig ist, einzelne Komponenten zu machen. Die haben mit Angular Elements daran gebastelt und das funktioniert aber Stand heute einfach noch nicht. Also wenn ihr einfach nur einen Like-Button machen wollt, da ist besser ein View, ein React, JQuery, aber nicht ein Angular. Und die Lernkurve ist tatsächlich bei Angular am Anfang, da setzt man sich hin und denkt, boah, das war ein ganz schönes Brett. Und das ist wegen dieser vielen Konzepte eben tatsächlich am Anfang auch ein bisschen mehr. Das amortisiert sich aber. Also da einmal zu investieren, lohnt sich, wenn man längere Zeit damit arbeitet. Wenn ihr jetzt nur ein bisschen Frontend macht, die erste Woche im Monat und dann nur Backend macht, dann ist es wirklich schwierig, man vergisst das schnell wieder. So, dann brauchen wir ein paar Kriterien. Ich gucke nochmal kurz in den Chat, ob es hier noch Fragen gibt. Eine Firma hat bisher nur Java-Fat-Clients entwickelt, Swing, Java-Fix. Was ist zu beachten, zu bedenken, was wäre deine Empfehlung? Ja, Swing ablösen wäre meine Empfehlung. Also bei Swing habe ich ein Komponentenmodell. Das heißt, alle diese drei Technologien, die ich hier vorgestellt habe, haben auch ein Komponentenmodell. Das ist nah dran. Da fühlt sich ein Swing-Entwickler nach einer Weile wirklich wieder wohl. Aber die Hauptempfehlung, die ich für diesen Kunden hätte, ist, fang mit einer Web-Grundlagenschulung an für die Entwickler. Das ist, was wir immer wieder haben, wenn wir unsere Angular-Schulung machen. Wir empfehlen Web-Grundlagen vorweg, damit man erstmal versteht, wie funktioniert ein Web-Browser. Aber aus Entwicklersicht. Da drin ist ein Document-Object-Model, da ist so ein Tri von Komponenten. Wenn man das erstmal verstanden hat, dann fallen diese Frameworks auch viel leichter. Und das ist das, was aber die meisten Kunden sparen wollen. Wir kennen doch Web-Browser, wir brauchen keine Web-Grundlagenschulung. Und da muss man das dann noch so nebenbei, mal im Angular-Training, React-Training nebenbei mitmachen. Das würde ich da empfehlen. Und ansonsten, ja, Dependence. Also ich mache jetzt ein paar Kriterien. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage dann gleich. Sonst gerne nochmal nachfragen. Also das wären jetzt so Fragen, die ich mir stellen würde. Wird das eine große Anwendung? Werden das einzelne Fragmente oder Komponenten, die ich nur machen will? Wie lang soll das Ganze leben? Wie groß wird das Team sein? Und dann kann ich auch bestimmte Kosten, die ich jetzt zum Beispiel beim Einstieg von Angular habe, viel besser gegenrechnen, als wenn ich sage, ich bin eine ganz kleine Firma und muss eigentlich nur ein paar Widgets bauen. Auch wie komplex wird die Anwendung? Also wird das eine richtige Desktop-Ersatzanwendung? Also in der Größenordnung von, weiß ich nicht, Facebook oder sowas? Also die Anwendung Facebook. Oder aber wird das eher was Kleines, ein Raumbuchungssystem oder so? Die Plattform kann auch noch interessant sein. Möchte ich nachher vielleicht auch eine Native-Anwendung machen für iOS oder Android. Da gibt es React Native zum Beispiel. Wenn ich sage, das wird interessant für uns, wir möchten auch solche nativen Anwendungen rausgeben, dann würde ich wahrscheinlich vom Know-how her eher in React investieren, damit ich mit React Native nachher arbeiten kann. Ich würde dann nicht mischen, dann würde ich nicht sagen, das Web mache ich mit Angular oder mit Vue und dann mache ich noch React Native dazu. Da würde ich schon gucken, dass das zusammenpasst. Hintergrund der Entwickler ganz wichtig. Also das war ja auch die Frage gerade im Chat. Wir haben Swing-Know-how. Wie sieht es aus mit den Technologien? Wir sind Java-Entwickler, vielleicht springen Boot. Da passt natürlich in Angular erstmal sehr gut, weil die Konzepte ähnlich sind, weil ich mich da wiederfinde. Habe ich bestehende Komponenten, die ich wiederverwenden will? Also habe ich schon ein Team, das vielleicht Vue-Know-how hat und kann das dann intern schulen bei den anderen Teams und kann ich da Komponenten wiederverwenden? Würde ich vielleicht eher ein Vue nehmen. Will ich einen eigenen Stack zusammenbauen? Ganz wichtige Sache. Will ich mich darauf verlassen, was andere sagen? So einen Opinionated Stack habe ich bei Angular, bei React eigentlich gar nicht und bei Vue so ein bisschen. Würde ich mir auch überlegen, wer will die Verantwortung dafür tragen? Will ich erstmal ein Architekturgremium starten für das Frontend-Framework bei dieser Firma? Pi mal Daumen kommt man dann möglicherweise zu so einer Auswahl, vielleicht auch zu einer ganz anderen. Wie gesagt, das ist subjektiv. Ich sagte ja schon mal, Java-Entwickler, .NET-Entwickler fühlen sich sehr wohl bei Angular und auch recht wohl bei Vue. Ich will damit nicht sagen, dass die mit React nicht klarkommen. Also das ist halt jetzt alles so ganz grob Bauchgefühl. Will ich eher einzelne Komponenten machen? React, Vue passt da zurzeit ganz gut. Mache ich komplexe, größere Anwendungen, profitiere ich vom Angular-Modul-System, dann würde ich Richtung Angular gehen. Wenn es langlebig sein soll, würde ich aktuell React aus folgenden Gründen nicht so sehr empfehlen. Die haben sehr viele verschiedene Konzepte über die Zeit entwickelt, auch bei Meta, also bei Facebook, weil die auch gemerkt haben, wir kommen nicht so richtig mit den bisherigen Sachen zu Rande, haben die alten aber nicht abgekündigt. Das wird weiter supportet. Das heißt, man findet jetzt viele Tutorials, die auch alle noch funktionieren und man findet da sehr, sehr unterschiedliche Ideen und Konzepte vor und das wird so weitergehen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das jetzt ausgedacht ist, das React, das wird sich weiterentwickeln und da wird es dann irgendwann mit der Wartung wirklich schwer. Habe ich ein großes Entwicklungsteam, würde ich auch Richtung Angular gehen, kann ich sehr gute Vorgaben machen, kann ich eigene Schematics für das Unternehmen bauen und damit eben auch das Scaffolding einfacher machen. Da würde ich dann mal rein investieren. Will ich React Native machen, dann würde ich eher React machen, logisch. Und wenn ich jetzt wirklich sage, ich bin vielleicht ein Ein-Personen-Entwickler, ich habe nicht so viele Ressourcen, ich habe auch dafür keine Kollegen, mit denen ich mich dann abstimmen muss, dann würde ich vielleicht erst mal mit Vue starten. Schneller Einstieg und leichte Lernkurve, sehr schnell Erfolgserlebnisse, passt ganz gut. Möchte ich meinen Stack sehr individuell machen, da passt Angular auch nicht so gut zu, dann würde man auch eher React oder Vue machen. Ja, vom Fazit her kann ich nur sagen, it depends, sehr schade. Ich hätte euch gerne jetzt gesagt, nehmt das, aber die Welt ist eben nicht schwarz und weiß. Es gibt auch keine harten Kriterien, wie wir gelernt haben. Wir können nicht sagen, das eine ist schneller, das andere braucht weniger Speicher. Entscheiden wir uns, sondern die sind alle gut und die sind auch alle ziemlich ausgereift. Also überall wird TypeScript supported, überall gibt es eine Story für Test-driven-Development. Das würde ich euch empfehlen, macht von Anfang an Tests, achtet darauf, dass ihr eine gute Testabdeckung habt, achtet darauf, dass ihr Patterns im Unternehmen etabliert, dass ihr Konventionen habt, über die ihr euch abstimmt, dass ihr vielleicht eine Komponenten-Library rauszieht, die ihr wiederverwenden könnt, dass nicht jeder das Formular neu erfindet. Entwicklerzufriedenheit würde ich stark beachten. Also lasst die Leute mal ein React machen und danach mal ein Angular-Prototypen und dann fragt die einfach, was fühlt sich für euch besser an. Investiert da ruhig rein. Wenn es um eine Anwendung geht, die irgendwie fünf, sechs Jahre leben soll mit 30 Leuten, was ist dann da zwei Wochen Proof of Concept, die sich nachher wieder auszahlen. Also das würde ich auf jeden Fall machen, dass man wirklich fragt, okay, was fühlt sich für euch denn besser an und testet dann mal, wie ist das denn mit der Erweiterbarkeit und Wartbarkeit, wenn ihr dann eine geänderte Anforderung habt. Wie wird die umgesetzt? Wie fühlt sich das für euch an? Wie ist das Tooling? Ich würde auf jeden Fall gucken, dass ihr in Know-how investiert. Also fangt mit so einem Proof of Concept an, mit Prototypen an, die ihr nachher auch wegwerft. Das ist bei Prototypen üblicherweise so üblich, dass die weggeworfen werden und dann nicht weiterentwickelt werden. Klappt nur nicht immer. Und testet das, spürt das wirklich, wie sich das für euch anfühlt und nehmt euch die Zeit dafür. Das ist nichts, was man auf dem Papier entscheiden sollte oder mit Powerpoints, auch wenn es jetzt ein paar Folien gibt. Aber baut euch das, fasst das an. Das macht einen Unterschied. Guckt, dass ihr von Anfang an Code-Reviews habt, intern zwischen den Teams oder zwischen den Entwicklern und nehmt euch sonst einen Senior einfach als extern mal dazu, der zwischendurch mal ein Review macht und euch da Tipps gebt. Dass er sagt, okay, das hat sich in der Vergangenheit nicht bewährt, das sind die Fallstricke, macht das lieber so, baut das lieber so. Genau, Testabdeckung hatte ich, glaube ich, mindestens schon einmal gesagt. Testabdeckung ist auch das, was ich immer wieder sehe, wenn ich gefragt werde, oh, wir haben jetzt hier, schon so oft sind wir auf die Nase gefallen mit unseren Anwendungen, wie macht man das denn langfristig wartbar? Und dann guckt man halt Testabdeckung und dann gibt es da nicht mal eine Metrik für. Also guckt nach Testabdeckung, das von Anfang an etablieren, sicherstellen, dann habt ihr auch in der Regel eine längerfristig wartbare Anwendung. Wenn ihr mit SPA-Anwendungen noch gar nicht unterwegs seid, wenn das jetzt wirklich so völlig was Neues ist, dann solltet ihr darauf vorbereitet sein, dass ihr nicht einfach serverseitig Logdateien lesen könnt, sondern passieren Dinge im Client. Da passieren Fehler im Client. Ihr müsst eine Möglichkeit haben, ein Error-Reporting zu haben vom Browser, der separat läuft von eurem Backend, irgendwo hin. Könnt ihr euch einen eigenen Error-Endpoint machen, wo das hingepostet wird. Es gibt Open-Source-Tools wie Sentry, die ihr einsetzen könnt, um da eben diese Fehler zu messen und dann auch zu gucken, bei welchem Browser tritt das auf, bei welcher Anwendungsversion und tritt das auf. Gibt es auch noch andere Tools für. Aber so ein Error-Reporting, unbedingt dran denken, sollte man haben. Es sind teilweise banale Sachen, wie dass manche User irgendein Plugin installiert haben, einen komischen Adblocker oder so, der dann irgendwie eine JavaScript-Datei blockiert haben und dann tut die Anwendung nicht. Das möchte man wissen. Und achtet auf Einheitlichkeit. Also das war eben, glaube ich, diese eine Frage so, wie ist das, will man nicht verschiedene Technologien nutzen? Glaube ich nicht. Also nicht bei einem Unternehmen einer gewissen Größe. Da würde ich nicht sagen, wir machen ein React und ein View und ein Angular, jeder, wie er gerade Lust hat. Da würde ich auch gucken, dass man nicht verschiedene Versionen hat. Wenn ihr jetzt sagt, wir machen ein React, dann achtet darauf, dass alle auf dem neuesten Stand sind und dass alle den gleichartigen Programmierstil verwenden. Sonst habt ihr da auch nachher echt Probleme. Ja, das wären meine Tipps zur Auswahl der Frontend-Technologie. Jetzt haben wir noch sechs Minuten für Fragen. Da ist schon die erste. Danke. Ich komme gerade mit dem Mikro. Da kommt mit dem Mikro. Ja, erstmal danke für den Talk. Sehr interessant. Wie ist deine Einschätzung bezüglich UI-Testing beziehungsweise API-Stabilität von den drei Varianten? Also die UI-Testing-Story. Es gibt erstmal zwei Typen von Tests. Ich kann erstmal die Komponenten isoliert testen und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, dass man das auf jeden Fall macht. Da gibt es dann zum Beispiel Jest oder Karma bei Angular, wo ich dann einfach meine Komponenten laufen lassen kann. Tuti-View-Logik. Explodiert da irgendwas. Ende-zu-Ende-Testing ist dann das andere Ende des Spektrums. Da kann ich mit Cypress arbeiten, mit Selenium arbeiten. Ich glaube nicht, dass man ohne diese Tests auskommt. Also es gibt die andere Fraktion, die sagt, du kannst Consumer-Triffen API-Tests machen und wenn die alle grün sind, dann wird auch deine Anwendung funktionieren. Ich würde niemals eine Anwendung durchdeployen, wenn da nicht einmal die End-to-Ende-Tests gelaufen sind und es die auch gibt, wo ich zumindest die wesentlichen Use-Cases einmal automatisiert durchklicke. Aber ich glaube, die API-Stabilität bezog sich jetzt nicht auf die Backends bei dir, sondern eher auf die Frameworks an sich. Bei Angular klappt es gefühlt sehr, sehr gut durch das NG-Upgrade, was die halt mitliefern. Allerdings das RxJS, was die als Library mit drin haben. Das hat schon mal, ich glaube, bei Angular 7 oder so was, da gab es schon mal so einen kleinen Schluck auf. Da musste man dann nochmal ein bisschen Hand anlegen. Und ich glaube auch, jetzt mit RxJS 7, da muss man nochmal ein bisschen gucken. Aber unterm Strich für das, was man bekommt, finde ich das sehr, sehr gut. Man darf keine Versionen überspringen oder das Schlurren. Das Zeug veraltet dir. Aber das passiert heutzutage überall. Die meisten Technologien haben inzwischen so einen sechs Monate Release-Zyklus. Ist das ein Kubernetes, ein Angular, ein Ubuntu, Linux, irgendwas? Selbst ein Windows fängt ja damit an. Also da muss ich einfach mitgehen. Sonst habe ich nachher technische Schulden und die können einen ganz schön beißen. Bei Vue, die Zweier-nach-Dreier-Migration, die fand ich nicht so gut gelungen. Bei React, die geben sich unglaublich Mühe, dass die ganzen alten Paradigmen weiter funktionieren. Klar, die gucken sich auch nur Komponenten an. Was mit den Libraries ist, betrachten die ja nicht. Das ist dann auch relativ einfach, das stabil zu halten. Finde ich eigentlich gut. Auf der anderen Seite fehlt mir da so die Guidance. Also wie soll es denn jetzt gemacht werden und lohnt sich das alles auf die neueste Art zu programmieren, zu migrieren? Das fehlt mir da, aber es funktioniert sehr gut. Also unterm Strich kann man da sagen, da ist Vue vielleicht ein bisschen schlechter. React, wenn man nur den Core-Teil anguckt, die Komponenten, sehr gut. Angular ist halt direkt ein Full-Stack-Framework und dafür ist es auch sehr, sehr gut. Aber nicht schlurren lassen. Weitere Fragen? Hier im Raum sehe ich keine Handlung. Ich gucke mal schnell im Chat. Ja. Da. Gibt es Kriterien, Kennzahlen, Regeln, wann ab meine Firma von was Exotischen wie XJS? Oh Gott, das gibt es nachher richtig. Zum Mainstream wechseln sollte. Also ExJS würde ich jetzt ablösen, ja. Warum? Das macht ja keiner mehr. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe vielleicht Mitarbeiter, aus welchen Gründen auch immer, ein bisschen Fluktuationen drin. Wo finde ich denn jetzt jemanden, der sich gut mit ExJS auskennt? Und jemanden, der sagt, boah, da bin ich jetzt scharf drauf. Gerne. Also freue ich mich drauf, das zu lernen. Da habe ich ja, wenn ich nachher nochmal wechsle, super Chancen auf dem Jobmarkt. Also das wären jetzt auch wieder weiche Kriterien, wie ich darüber nachdenken würde. Ansonsten, wenn dieses Produkt oder eure Anwendung da im Wartungsmodus ist, wenn da nichts mehr passiert, wenn das funktioniert, gibt es auch keinen Grund, das Ding abzulösen. Aber ich würde mir halt irgendwann überlegen, womit sollen neue Sachen gebaut werden? Und ja, ExJS, lange nicht mehr gehört. Das ist so ein bisschen wie Mainframe, lange nicht mehr gehört. Das war ein bisschen böse, das tut mir leid. Aber es ist wirklich eine echte Überraschung hier. Aber sonst Kriterien, wie gesagt, Jobmarkt wäre für mich so ein Ding. Sind meine Mitarbeiter zufrieden? Oder ist das für die sogar eine Wohlfühloase? Ich muss nichts Neues lernen. Ich komme mit ExJS super klar. Ich habe da meine Patterns, ich habe meine Copy-Paste-Vorlagen und ich will auch gar nicht so dieses Neue alles. Dann wäre das sogar ein Kriterium, bei Ex zu bleiben. Ob ich das aus Firmenstrategien wollen würde, dass meine Mitarbeiter so sind, das weiß ich nicht. Sonst noch Fragen? Gut, dann, du hast ja auch deine E-Mail-Adresse hier nochmal aufgezeigt. Fällt es jemanden später nochmal fragen, dann kann er dich da bestimmt kontaktieren, oder? Oder mich auch gerne ansprechen auf dem Flur. Ich freue mich immer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020